Halli oder Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Braho, was? Komm her, le-le-lebe, nein, warte, also, ja, ihr hört schon, ich bin ein bisschen erkältet. Ah, aber trotzdem, das hält mir nicht vom Let's Playen ab, denn ich bin awesome, me so awesome. Ach was, scheiße, boom, äh, ach was, scheiße, was war das denn jetzt wieder für eine hirnlose Aussage? Ähm, ja, äh, ja, kann sein, dass ich das eine mal ein bisschen schniefe oder sowas. Oh, 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 was war das denn? Kann ich da rein, kann ich da rein, kann ich da rein, kann ich da rein? Nose, nope, nope, oh, 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 nein, los, böser Pilz, töte den Hammer, nein, wartet mal, kill the hammer, brava. Und wie immer habe ich natürlich vergessen, meine Uhr zu stellen, ganz, ganz klug. So, jetzt weiter geht's, äh, warte mal, wenn ich den da oben so, so, bam. Oh, fuck, oh, man, ich wollte ihn da unten aufhalten, dann in die andere Richtung kicken, dann hätte es, glaube ich, ein Leben gegeben. Oh, warte, obwohl, hier, guck mal, seht ihr, da ist ja eh so ein Ding, dass das Ding schon automatisch in eine andere Richtung kickt. Nicht da jetzt, so, und jetzt weiter. Ist das Ding außen, ja, ein Leben, cool. Bringt mir zwar gar nichts, da ich eh mit, oh, rein, rein da, rein da, ah, ha, ha, ha. Bonus, oh, nein, ich will den Pilz haben, das ist Provokation, Übelste, das ist gemein, nein, what? Hä, ist ja noch schlimmer, äh, wo, wo bist du denn jetzt gelandet? Oh, irgendwas da? Oh, 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 und jetzt zurück, und so, oh, ha, ha, das war, naja, so, warte, nein, das war wieder, ich hab auch keine Geduld, äh, ne lustige Geschichte, ich war, ah, Zeitdruck, äh, oh, oh, was ich erzähl, oh, nein, warte, Rewinding, Entschuldigung, ich war letztens auf einer Übernachtung, nein, nope. Nochmal Rewinding, Entschuldigung, beim nächsten, oh, fuck, ey, so, oh, wieder nur so wenig, zack, boit, nein, fuck, ey, so, ich versuchte mal ganz konzentriert durchzukommen, wow, me is so awesome, oh, man, da lässt ich, oh, was bin ich so verschnufft, was ich euch jetzt erzählen wollte, ähm, ähm, äh, ja, oh, man, die Stelle ist schwierig, ähm, ich war auf einer Übernachtung, da hat einer eine Original-SNES-Konsole mitgebracht, ganz klug von mir, warte, Rewinding, Moment, das akzeptiere ich jetzt nicht, akzeptiere ich auch nicht, und da hat es Super Mario World, und vielleicht, der ein oder andere wird's wissen, ich bin in Super Mario World deutlich, 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 ich will sagen, wirklich deutlich, äh, besser als in, äh, äh, als in, ach, was, fuck, ich mach jetzt Self-State hin, äh, als in Bross, also, weil, da ist das Springen auch total anders, weil, äh, man hier, man, er zieht nicht in der Luft zurück, wenn ich hier gucke, der, der wechselt kaum in die Richtung, das ist der Unterschied, der enorme Unterschied, und ich kann Spinjumpen in SMB, ja, zumindest hat er das dann mitgebracht, und ich, äh, 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 Dingenskirchens, äh, die waren dabei, äh, Donutplains, ich glaub, drei oder vier, und die sind da alle nicht weitergekommen, und, äh, ich so, gib mal her, ob, und dann, hab's, ah, nein, hab's beim ersten Mal, oh man, die Stelle ist schwer, äh, und, äh, ja, ups, wieder rüber, äh, ja, toll, äh, hab's gleich beim ersten Mal geschafft, ja, und dann hab ich den, ich hab, ja, ich hab ein paar Tricks angewendet, zum Beispiel, die meisten Leute, wenn sie mit Yoshi irgendwo ins Loch fallen, sind nicht so klug, nochmal von Yoshi abzuspringen, okay, aber Thema Wechsel, ich glaub, das interessiert mittlerweile keinen mehr, warte, da ist, glaub ich, ein Leben, äh, das interessiert mich jetzt nur vom Prinzip her, ja, äh, das ist off-screen gegangen, ach was, ich, das Ding interessiert mich gar nicht, hup, hups, nups, nups, und nupsi-schnupsi-robatop, ah, hop, what the, weil man, wenn man das jetzt wirklich vergleicht, äh, Super Mario World und, was, das kann man gar nicht vergleichen, das sind so zwei unterschiedliche Spiele, wenn man sagt, Mario ist doch alles das gleiche, Leute, dann kennt ihr kein Mario, äh, ich meine, selbst hier und zu dem Originalspiel gibt's ja noch, so meilen-, oh, fuck, meilenweite Unterschiede, wir sehen uns dort, ich glaub, ich hör mich wirklich ein bisschen krank an, aber, äh, weil, es ist wirklich Unterschied, also, sieht zwar jetzt ein bisschen, naja, von der Grafik her, selbst da gibt's Unterschiede zu SMW, what the, uh, wah, uh, nups, aha, okay, das ist schaffbar, kann es sein, dass ich diesen Level grad ohne Safe-States gemacht hab, ja, wow, Ossi-Army-Armier-Ossi-Blblblblblb-blblblblblblblblblblblblblblblblblblbl. Okay, äh, back to the topic, den Spruch hab ich gelesen, ihm gefällt der, back zum, oder back to the theme, back zum Thema, oder, nee, theme, keine Ahnung, oh, Wolkenlevel, I love it, Love it Flying Fishings Bah, bah 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 Ich will die mir aufs Brot schmieren Fischbrot ist lecker Lecker Bah, lecker Wow, hey, hey, 100 Münzen Hooray, hooray Ah Naus Entschuldigung für diese kleinen Rewindings, oh der Level ist kurz Der Level ist ja wohl mal richtig kurz Das ist doch wohl ein Witz Da muss ich nicht rewinden und safe staten Das ist peinlich Ich meine, hey Das kann man auch ohne schaffen Hm Nur mit so ein bisschen Konzentration Oh, schon wieder die 100 Münzen Münzen Ah Und das war's schon Naus, oh man Was passiert, wäre passiert, wenn ich so was Warte Nur, nur mal Nur mal um mich, weil mich jetzt Das interessiert wie Ach egal Ich wollte gucken, ob ich da rüberjumpen kann Und dann, ob da nochmal irgendwas hinter ist Weil ich hab nachgeguckt Hinter diesen Flaggen sind manchmal Warp Zones versteckt Nicht, dass ich die jetzt benutzen will Das ist auf gar keinen Fall Ähm Oh, ich bin okay Oh, ich sollte glaube ich gar nicht spielen Äh Oh, schon wieder nächstes Bowser Castle Ups Schnupst hin Ah Okay Ähm Jetzt hab ich in der Ja Oh Ach was Ich schaß auf den Pilz Ich will das Level schaffen Oh, oh Nein Propoin Oh man Ich hasse diese Musik Die macht mich so nervös Oh Aber ich glaub Ich hab schon mit Spielen mittlerweile Ein klein wenig konzentrierter So Ups Knupst die Knupst die So Guck Wah Wau Wau Warte mit Anlauf Hu Oh Ne Wartet mal So und jetzt wieder Äh Ups die Ne So geht's anscheinend nicht Nächster Versuch Wartet mal Wenn ich ganz kurz auf dieses Ding da Oh Scheiße Und jetzt Wartet mal Wenn ich jetzt so Ach Ich bin so blöd So Nächster Versuch Mir ist mal eingefallen Was passiert wenn ich Oh nein Dann werd ich vom Podobo Warte Rewind Kein Bock jetzt grad das nochmal neu zu spielen So Und Ach So schafft man das gut Dann ist okay Äh Ah So Kein Bock nochmal Zack Wups Ich hab irgendwie Oh man Das sieht doch immer wieder so böse aus So Lass uns hinter dem Koopa herschleichen Wow Hu 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 Warte Ne der kommt wieder Oder Wenn dann ist böse Nein Nein Bitte 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 Lass mich das schaffen Nein Ich rutsche runter Fuck Ich hab schon wieder das böse F-Wort gesagt Me so evil Oh Oh Nein Wie soll man das denn schaffen Leute Ich hab da grad keinen Bock drauf So So Jetzt mit Konzentration Warten die Podoboss abwarten Oh Oh scheiße Die springen Ich glaub die springen aber auch nicht regelmäßig Man muss Also Mal gucken Schnell Noch Schnell Und jetzt geht er gar nicht Guck Okay Okay Ah Ah Bleib weg Ah Hui Jetzt muss nur noch kommen Dass da aus dem Bulletville Kanonenrote Laserstrahlen rausziehen So Scharfschützengewehr Mäßig Ah Nein Das ist Ich hab so wenig Ich hab so wenig Zeit Hui Okay das war Das war jetzt grad dumm von mir So Entschuldigung für das ganze Oh man Wie soll man das denn machen So Hui Ach man Wie soll man das denn jetzt machen Ich hab so wenig Zeit gerade Ich hab keine Zeit Ich spring Nicht rein So Oh man Wie soll man da denn da reinspringen Oh ne Ohne Oh man Entschuldigung Leute gerade Ich hab keinen Bock Nicht anfangen Das Levels noch mal neu zu spielen Man Das war doch fast Das war's doch fast Uuuf Gut 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 Pause Komm Mann Warum Warum muss der eigentlich Hammerwer 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 Mann Hammerwerwerwerwerwerwerwerwerwerfe So. Das ergibt voll keinen Sinn. Und mit dieser Hammerwand kann ich vor allem nicht unter ihm durchspringen. So. Warte mal. Warte. Wie kriege ich ihn da... Wie komme ich da durch? Wie komme ich da durch? Wie komme ich da durch? So. Er wirft. 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 Dann wirft er einmal unregelmäßig. Warte. Er muss so. Und dann kann ich so unten... Ah! Okay. Das ist gut. Wir stellen uns vor, so kann er Mario nicht erwischen. Und so können wir ihn dann unten drunter laufen und dann einfach die Axt killen. Die Axt killen. Thank you, Mario! But our princess is in another castle. Okay. Ups. Ähm. Okay. Save it. Save it. Blablabla. Ah! Nein! Oh nein! Oh man. Leute, werdet kreativer. Das hatten wir doch alles schon. Ah! 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 Nein! 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 Scheiße. Garte, ich spiele das Level nur nochmal an und dann mache ich auch Schluss. Oh. Ah! Oha. Oha. Ich sollte mal... Ich muss auch besser auf meine Time achten. Weil... Ah! Das ist ein Leben. Cool. Weil ich habe im letzten Part auszusehen zu viel gemacht und über die Zeit gegangen und... Ja. Ah! Nein! Warum? Ich mache immer denselben Fehler. Anti-Skill. Nenne ich das jetzt. Warte mal. He is not so awesome. Oh man. Ich... Oh man. Warum... Ich habe mir... Ich... Ich... Diese Sprüche von Emero haben mich bei mir so eingebrannt. Ich sollte auf eine Emero-Entzugsklinik. Oh man. Allein der Gedanke ist schon krank. Oh man. Es gibt noch so viele andere gute Let's Player. Hey Münzen. 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 Oh man. Da ist gar nichts drin. Ah. Jetzt back to... Back to... Topic. Hier. Wie komme ich darüber? Einfach so. Simpel. Nein. Böse Kupa. Na. Nein. Okay Leute. Dann mache ich aber hier Schluss. Bis zum nächsten Mal. Eur Jonas. Tschö tschö. Tschö.